Ich kam hier, als ich 24 war, mit einem Brot als frischer Grad. Das war in 2009. Adoption Fridays. Und dann gibt es Tiere, Tiere oder andere Tiere, die man adoptieren kann. Hilfe! Wir schauen uns das Auto zusammen an. So guys, how's your government? Our government actually supports entrepreneurs. And I tell you, today was Sheikh Mohammed bin Rashid was there, Sheikh Saif bin Zayed, Sheikh Hamdan bin Mohammed, and even Sheikh Mohammed bin Said. Everyone pretty much was there at the World Government Summit. And what they did is actually they honored entrepreneurs and they showed the country as a land of opportunity, which is great. And this is why we're here. This is why we're building. This is why we're proud to be in the UAE. And just check it out for yourself. It was actually really nice. Every one of us, dear friends, if you have a chance, we must have to be able to do it. Es ist ein Witz, ein Witz, ein Witz, ein Witz, ein Witz. Als ich 24 war, mit einem Begriff als ein Fresh Grad war, das war in 2009. Ich sah es als eine Möglichkeit, als ein Land der Möglichkeiten, besonders die UAE. Es lernt von anderen Teilen der Welt, und schießt die Fehler. So, was ich wirklich lief daran, ist, dass ich wirklich mit diesem Bereich arbeiten, mit der gleiche Mentalität die Regierung hat, zu denken modern, denken Technologie und die Implementation von Technologie in den Menschenleben. So, die UAE für mich ist eine Start-up, sehr ähnlich zu unseren Mindset und unsere Unternehmen. Es ist sehr schnell, es ist Technologie-Driven, und es lernt von anderen Markets in der Welt. So, Leute, heute werde ich euch erzählen etwas, wo ihr auch könnt. Es gibt viele Tiere auf der Straße, wo sie eigentlich nicht mehr haben, oder haben sie einfach nur leften. So, es gibt viele Menschen, wo diese Tiere sind, wo diese Tiere sind. So, ihr könnt sie, und bringen sie zu einem Klinik, und helfen sie, um sie wieder zu werden. Oder, ihr könnt ihr eigentlich gehen zu einer der sogenannten Adoption Fridays. Und dann gibt es viele Tiere, oder andere Tiere, oder andere Tiere, oder Tiere, oder Pats, die ihr könnt, helfen. So, es braucht viel Geld, und es braucht viel Geld. Es braucht viel Geld, in Dubai Gruppen die Tieren helfen. Und zwar, wenn man hier eine Straßenkatze, oder einen Straßenhund findet, der verletzt ist, oder Hilfe braucht, Dann geben wir die Location durch und man kann dann, wenn man Zeit hat, diese Katze finden und dann helfen. Das heißt also, wir nehmen die jetzt und bringen die zum Tierarzt, damit sie Hilfe bekommt. Weil sie hat hier eine Entzündung, sie hat glaube ich einen Kampf gehabt oder hat sich irgendwie verletzt. Wir hoffen dann, dass es ihr danach besser geht. Wir haben diese Katze gefunden und ich glaube, sie hat eine Inflammation auf ihrem Neck. Ist es eine Möglichkeit, wir können sie schnell helfen? Ja, wir können sie helfen. Hi, wir haben diese Katze gefunden und wir wollen sie helfen, sie hat eine Inflammation auf ihrem Neck. Und ist der Doktor hier? Der Doktor ist hier in Israel. Perfekt. Das ist Bubbe? Bubbe! Nein, er ist leid. 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 Was ist passiert? Er ist leid. 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 Wie funktioniert es mit der Adoption hier? Wir arbeiten hier in der Arbeit, um die Zähne zu rischen und die Zähne zu nehmen. Er ist leid. Er ist leid. Er ist leid. Er ist leid. Wir suchen eine gute Familie und gute Zukunft für die Pets. Wir helfen uns zu werden. Wir helfen uns nicht nur die Katze und Kitten. Wir helfen uns auch die Kinder. Wir helfen uns auch die Kinder. Und sie verabschiedet 4 Kinder. Und plötzlich, die Leute sagen, ich habe Kinder. Kannst du deine Mutter mit dem Kitten haben, um meine Katze zu nurse? Ich habe gesagt, ja, das ist klar. Nein, das ist klar. Und ich habe... So, du hast etwa 10 Kinder? 10 Kinder. Genau. 10 Kinder. Und ja. Und dann, ich habe angefangen, wie die Kinder zu beurteilen. Dann habe ich angefangen, mit dem Kitten und die Medikation zu beurteilen. Wow. Danke. Danke. Great story. We are trying to save the lives here, you know. Thank you. Whatever we can do. That is great. Thank you very much. Appreciate it. Today, we have another episode of Startup Hero. So, Startup Hero is a chance for upcoming entrepreneurs to get feedback, mentorship, and the potential investment for their business ideas. So, yeah, we have a couple of candidates lined up, and they're going to be warmed up by... I'm like Ryan Seacrest here today. DJ Bliss, he is the self-proclaimed Ryan Seacrest of Dubai. Seacrest has got this thing called Startup Hero. They've got five people narrowed down from 18,000 people who have registered to come here today to present their idea to get some kind of support. So, the show is about to get started real soon. Let's get this party started. We're about to meet the first contestant coming through the door right now. I don't know if he's as nervous as I am, because this is the first guy I'm talking to, but here he comes. Here. How are you doing? You're the first guy who's going to be presenting the idea. Thank you. Thanks for having me. Are you nervous? Just a little bit. This guy was talking in German, and we didn't understand a lot, but they had some plants. So, what was he talking about? So, he had these, I mean the plants were regular plants, but he had these vases which have some kind of patented filtration system. So, it actually enhances the power of the plant. And he says that you put one of these plants in your room, like it just helps you sleep. That plant over there, or an aloe vera plant. He said just one plant per person, and then sleep like a baby. Gold sugar, what's going on? This is something very special, especially for Dubai. Oh my gosh. You know us too well. 24 karat gold sugar. There's no sugar cubes that you put in your tea? Exactly. Nice. So, it's the exquisite way of having sweetening your coffee or sweetening your tea. Nice. And you can position yourself here in Dubai. I see gold everywhere. It's on my chocolate. It's on my burger. It's everywhere. It's obviously safe to eat it. Is there any like nutritional value to eating gold? What's the next step for these guys? So, actually for the last one who was creating sugar cubes made out of gold, 24 karat gold, it was a good gifting idea. So, I ordered 100 packages for now as a test. And I give it to our best customers and see their reaction. They see it might improve the retention rate. That's the next step. So, it's actually test run. So, you try and support them in different ways. Some people want social media support. Some people you might just buy their products. Some people you give advice. And other people you might fund as well, right? So, yeah. So, we have different. So, one is the mentorship and sparing just to help them with their feedback. They require the other ones. It's just ordering their products as you see, which gives them revenue. And the third one is just investing, right? So, it really depends on what they're looking for. So, some of them don't need investments. Others do. Some just need a network to social media influencers or retailers. So, we help them in any way we can. Right. That's pretty good. So, what happens next? Is there another way people can register? So, you go to startuphero.com, right? And that's basically where it all starts. And then we take it from there. There's a lot of people applying. So, yeah. Bear with us. So, we actually do one by one as much as we can. And we're coming to the big screen, alright? Keep your eyes locked on our TV. It's coming soon. Aus der Wüste gewachsen in den Himmel gebaut. Tradition trifft auf moderne und extremen Reichtum. Auch der deutsche Unternehmer Saigin Yalcin machte hier seine erste Million. Als Investor sucht er nun die Jahrhundertidee. Das ist so verrückt. Die wollen hier immer übers Limit, immer höher und immer weiter. Der Bremer mit türkischen Wurzeln hat es weit gebracht. 2009 kam er nur mit einem Rucksack nach Dubai. Einer ihrer größten Stars ist Mohamed Birak Dari, Spitzname MoVlogs. Morgen. Ich sehe mich nicht als Promi. Ich habe einfach viele Freunde online. Zeit für den Schnitt des heutigen Videos. Und vier Stunden verbringt Mo täglich mit Nachbearbeitung. Ein Fulltime-Job. Ich komme aus Bremen. Und in Bremen bin ich andere Sachen geworden gewesen. Wir schauen uns das Auto zusammen an. Nach 18 Stunden heute war es schon ein sehr erfolgreicher Tag. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen ein Imperium aufbauen. Also es geht hier nicht ums Ziel, sondern um die Reise. Also es geht hier nicht ums Ziel, sondern um die Reise. Also es ist fallend für das Auto hinein.